Im Tutorial Video Spureinstellung am Quest Velomobil hatte ich in Aussicht gestellt, ein Video zum Umbau auf eine präzise, stufenlose Spureinstellung zu machen. Auch wenn ich das Torpediello noch nicht umgebaut habe, so möchte ich doch daran Interessierte nicht warten lassen und hier ausführlich das Konzept dafür vorstellen. Damit können diejenigen, die sich den kleinen Umbau auf dieser Grundlage zutrauen, auch schon mal loslegen. Es wird hier nichts geschweißt oder gelötet, sondern nur ein wenig geschraubt. Alle Arbeiten lassen sich mit einfachen Mitteln selbst erledigen. Es ist dafür auch kein besonderes handwerkliches Geschick erforderlich. Wer nach meinem Tutorial die Spur an seinem Velomobil selbst einstellen kann, wird auch mit diesem Umbau keine Probleme haben. Es genügt, eine Spurstange von einem Rad umzubauen, an dem dann später die Feinjustierung der Spureinstellung erfolgt. Die Grobjustierung bleibt wie bisher durch Ein- und Ausdrehen der Kugelgelenkköpfe erhalten. Aber wir haben ja gesehen, dass dies die Spur an den Rändern nur in Stufen von ca. 4 mm verändern kann. Wenn man also die Spur exakt zwischen 0 und 1 mm Vorspur einstellen will und sich dies nicht zufällig wie bei Salkis Quest von selbst so ergibt, benötigt man noch eine feinere Einstellmethode. Man benötigt für den Umbau ein Stück M6 Gewindestange mit Linksgewinde von mindestens 41 mm Länge, zwei Spannschlossmuttern M6 mindestens 30 mm lang mit Links- und Rechtsgewinde darin und vier M6 Kontermuttern für die Spannschlossmuttern. Zwei mit Links und zwei mit Rechtsgewinde. Die Kontermuttern sind normalerweise 5 mm dick. Will man den Einbau noch schmaler halten als hier gezeigt, können auch sogenannte Wandenspanner-Kontermuttern verwendet werden. Die sind nur 3 mm dick. Alle Einzelteile dieser Stückliste habe ich nur über das Internet beziehen können. Leider gibt es heutzutage keine gut sortierten Eisenwarenläden mehr. Die Baumärkte, die sie verdrängt haben, haben alle mehr oder weniger dasselbe Sortiment, indem so selten nachgefragte Teile wie Linksgewindestangen oder Spannschlossmuttern mit Links- und Rechtsgewinde wegen zu geringer Nachfrage nicht mehr geführt werden. Somit muss man in Kauf nehmen, dass hier die Versandkosten den Wert der bestellten Einzelteile zum Teil bei weitem übersteigen oder man sogar Hunderterpackungen abnehmen muss. Das Konzept beruht darauf, dass man aus der betreffenden Spurstange ein Stück von 43 mm herausschneidet und durch das Set aus Linksgewindestange und Spannschlossmuttern ersetzt. Dazu muss zunächst die Spurstange ausgebaut werden, denn zumindest beim Quest kann man die Spurstange nicht im eingebauten Zustand durchtrennen. Man kommt an die Schnittstellen selbst mit einem Dremel nicht gut genug heran. Die Kugelgelenkköpfe können auf der Spurstange aber verbleiben. Im Abstand von 20,5 mm zur Kontermutter des radseitig montierten Kugelgelenkkopfes setzt man den ersten Schnitt. Danach im Abstand von weiteren 43 mm den zweiten. Die so entstandene Lücke wird durch die Linksgewindestange ersetzt, die mit zwei gesicherten Spannschlossmuttern mit den Enden der Originalspurstange verbunden wird. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Gewindeenden über 10 mm tief in jeder Seite der Spannschlossmuttern eingeschraubt sind, um die Stabilität der Verbindung nicht zu gefährden. Die kleinen Bohrungen in den Spannschlossmuttern lassen erkennen, wie weit die Gewindestange hier eingedreht ist. Die Spannschlossmutter auf der Lenkungsseite, also hier links dargestellt, dient nur zur Verbindung und wird später auch wegen ihrer schlechteren Zugänglichkeit nicht für die Spurfeineinstellung benötigt. Sie kann deshalb zusammen mit ihren Kontermuttern mit einer halbfesten flüssigen Schraubensicherung, zum Beispiel Loctite 242, zusätzlich gesichert werden. Hier müssen wir im Idealfall nie mehr dran. Wenn die Spurstange mit diesem Linksgewinde-Zwischenelement wieder im Quest eingebaut ist, muss die Spur erneut zunächst grob über die Kugelgewindeköpfe wie im Tutorial-Video gezeigt eingestellt werden. Danach, wenn der Gelenkkopf wieder festgeschraubt und gekontert ist, kann durch Drehen der radseitigen Spannschlossmutter die Feinjustierung erfolgen. Aber Achtung! Die Wirkung der Spannschlossmutterdrehung ist für die Spurverstellung an den Rädern doppelt so stark wie die eines Gelenkkopfes. Sie dreht jeweils zwei Gewindestangenenden, ein Rechtsgewinde und ein Linksgewindeende gleichzeitig aufeinander zu oder voneinander weg. Wenn also zuvor eine Umdrehung eines Gelenkkopfes vier Millimeter Spurverstellung an den Rädern hervorgerufen hat, dann genügt dafür jetzt an der Spannschlossmutter bereits eine halbe Umdrehung. Das Feinjustierungssystem ist also sehr empfindlich. Aber dafür benötigen wir zwischen den Kontermuttern nicht so viel Platz auf der Spurstange und die Einheit kann mit etwas über 80 Millimeter Gesamtlänge sehr kompakt gehalten werden, damit wir im eingebauten Zustand noch überall mit den Schraubenschlüsseln drankommen. Steht die Spur nun perfekt, dann muss die Spannschlossmutter nur noch mit ihren beiden Kontermuttern gesichert werden, ohne dass sie dabei wieder bewegt wird. Zum Schluss möchte ich noch ein wichtiges Sicherheitskriterium für diesen Umbau ansprechen. Die Spurstange ist in dem Umbaubereich durch die Muttern dicker geworden. Es muss sichergestellt sein, dass sie selbst beim extremen Einfedern des Rades nicht mit der Karosserie in Kontakt kommt. Das würde die Spurstange verbiegen oder im worst case einen der Gelenkköpfe heraushebeln, wodurch das Velomobil schlagartig nicht mehr lenkbar wäre. Diese Kollisionsbetrachtung der dickeren Spurstange mit der Karosserie muss jeder für sich vornehmen. Bei meinem Quest in Standardausführung ist genügend Freiraum für die Spurstange vorhanden. Wer diese Methode aber auf modifizierte Velos oder gänzlich andere Velomobiltypen übertragen möchte, sollte dies unbedingt vorher genau prüfen.